Ja, der Verdienst mit der Network Marketing Firma Shogun, kann man damit wirklich Geld verdienen? Und wenn ja, was sollte man beachten, damit man mit Shogun wirklich seinen Verdienst im Network Marketing steigern kann? Ich möchte hier meine Erfahrungen geben. Schönes Hallo, ich bin der Willi. Im Network Marketing im siebten Monat war mein Monatsumsatz 210.000 Euro. Ich habe nur mit Facebook gearbeitet, ohne Freunde zu kontaktieren und vor allem ohne Homepartys zu machen. Dann unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, Punkt Nummer 1 zum Verdienst bei Shogun, dem Network Marketing Unternehmen. Die erste Erfahrung, ist es überhaupt möglich, dort Geld zu verdienen? Und die klare Antwort ist, Trommelwirbel, ja. Ja, ja, ja. Also ich habe Kunden, die erfolgreiche Shogun Vertriebspartner sind, muss aber gleich dazu sagen, diese Kunden arbeiten völlig anders als normale Networker. Sie arbeiten so ähnlich, wie ich auch gearbeitet habe. Ja, sie arbeiten eigentlich so, wie ich gearbeitet habe. Und also was meine ich damit? Wenn du wirklich Geld verdienen möchtest bei Shogun, dann bringt es dir nicht viel, wenn du nach den Oldschool Methoden arbeitest. Oldschool meine ich, wenn du jetzt hergehst, eine Top 100 Liste erstellst und alle deine Freunde durchtelefonierst. Oder wenn du Homepartys machst. Oder wenn du alles nur auf Events aufbaust. Und wenn du das möchtest, kannst du das natürlich machen, aber dein Verdienst ist hier schon beschränkt. Warum? Weil einfach sich das nicht gut multiplizieren lässt. Also es ist viel, viel besser, wenn du es anders machst. Die zweite Erfahrung zum Verdienst bei Shogun, also Thema Geld verdienen, ist, wie kannst du das jetzt wirklich anstellen? Ein wichtiger Punkt sind neue öffentliche Gruppen bei Facebook. Ich hoffe, du hast schon eine, weil Max Zuckerberg hat uns Anfang diesen Jahres gesagt, der Fokus von Facebook liegt in den neun öffentlichen Gruppen. Was meine ich damit? Es gibt ja private Gruppen und öffentliche. Achtung, bei den öffentlichen gibt es zwei Versionen. Die eine Version ist sozusagen die alte Version der öffentlichen Gruppen. Die hat eigentlich jeder. Und die neue Version, die haben nicht so viele. Und die wurde erst jetzt umgestellt. Was ist wirklich, was ist sozusagen der Vorteil von der neuen Version der öffentlichen Gruppen? Ein Vorteil ist, dass Facebook dich aktiv weiter empfiehlt. Also wenn du deinen Verdienst bei Shogun wirklich steigern möchtest, wenn du viel Geld verdienen möchtest, ist es wichtig, dass du weiter empfohlen wirst. Eines möchte ich dir gleich sagen. Wir Networker, wir denken immer, wenn wir uns gut um Kunden kümmern, wenn du dich jetzt gut um deine Shogun-Kunden kümmerst, dann wirst du automatisch weiter empfohlen. Leider ist das nicht so. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe, da sind tausende Networker drinnen, eine Umfrage gemacht. Wirst du aktiv weiter empfohlen? Und 90% haben gesagt, nein. Mir ging es damals auch so. Aber jetzt, wenn du deinen Verdienst steigern möchtest, ist es so, du brauchst Empfehlungen. Und jetzt kannst du einfach lernen, wie Facebook dich automatisch weiter empfiehlt. Also es gibt ein aktives Empfehlungssystem. Und dieses zeige ich dir auch unterhalb in meinem Gratiskurs. Punkt Nummer 3 zum Shogun-Verdienst im Network Marketing ist das Thema Akquise. Das hat sich gewandelt. Was meine ich mit Akquise? Fremde Menschen zu kontaktieren auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook. Macht das noch Sinn? Aus meiner Sicht, nein. Warum? Wir haben derzeit eine 100 zu 1 Quote. Das bedeutet, wenn du einen Kunden für Shogun gewinnen möchtest, brauchst du 100 Nachrichten im Instagram oder Facebook Messenger. Das ist wirklich, wirklich viel. Und ich würde dir einfach empfehlen, den Spieß umzudrehen. Es gibt in der neuen Version der öffentlichen Gruppen noch eine weitere Funktion, eine Google-Funktion. Jetzt, in dem Moment, suchen Menschen nach Shogun-Produkten. Sie suchen nach Barfars und sie wollen antworten. Entweder kennen sie Shogun schon oder nicht. Stelle vor, die geben das bei Google ein und du wirst gefunden bei Facebook. Also du kombinierst, du verknüpfst deinen Google-Account mit, also Google mit deinem Facebook-Account, so muss ich es richtig sagen. Unterhalb in dem Gratiskurs zeige ich dir genau, wie das funktioniert und wie du konkret als Shogun-Vertriebspartner deinen Verdienst im Network-Marketing steigern kannst. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und hau rein, rock it. Bye, bye. Ciao, ciao.